Applaus Sein Gegner in der roten Ecke Gibt heute leider seinen Abschiedskampf Er zieht sich aus dem MMA zurück 46 Jahre alt Der MMA-Pionier aus Deutschland Peter Yamate Damashi Applaus Der MMA-Pionier 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 Ja, das ist ein Schuss. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. 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 Und wieder weg können. und ja 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 Vielen Dank. 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 ...